Mitgebracht habe ich Ihnen einen kleinen Auszug, wie gesagt, aus dem Buch Neujahr. Dort gibt es auch einen Paul sozusagen, wie in dem kleinen Film, der heißt bei mir allerdings Henning. Und er ist ein junger Familienvater mit zwei kleinen Kindern. Er hat einen Beruf, den er liebt. Er ist Sachbuchlektor. Er hat eine eigentlich wirklich wunderbare Frau. Er ist gesund. Es gibt eigentlich keinerlei Schicksalsschläge oder irgendetwas, was diesen Henning tatsächlich bedrücken könnte oder bedrohen. Dennoch leidet er unter etwas, wofür er eigentlich gar keinen Namen hat. Wahrscheinlich würde ein moderner Therapeut das Burnout nennen. Obwohl es ihm ja eigentlich so gut geht. Ich lese Ihnen eine kurze Passage vor, die uns Henning ein bisschen näher bringt. Das letzte Jahr hat es nicht gut mit ihm gemeint. Obwohl alles einigermaßen glatt lief, keine schweren Krankheiten, keine Todesfälle, lebt Henning im ständigen Gefühl, es stünde eine Katastrophe bevor. Die Panikattacken befallen ihn mittlerweile nicht nur nachts, sondern auch am helllichten Tag. Zwischen den Attacken ringt er mit der Angst vor der nächsten Attacke. Abgesehen davon gelingt es ihm nicht, seinen Platz zwischen Job und Kindern zu finden. Sein Leben gleicht einer Flucht. Er kann nichts zu Ende bringen, hat für nichts richtig Zeit. Er und Theresa arbeiten halbtags. Sie teilen sich Kinder und Beruf. Das ist ihnen wichtig. Sie haben einiges auf sich genommen, um ihr Modell bei den Arbeitgebern durchzusetzen. Wobei sich Theresas Steuerbüro sogar kooperativer zeigte, als der leicht linkslastige Sachbuchverlag, in dem Henning arbeitet. Der Verleger ging so weit, ihm indirekt mit Kündigungen zu drohen und lenkte erst ein, als Henning versprach, Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Ganztags arbeiten, halbtags verdienen, nennt Theresa das. Immerhin kann Henning auf diese Weise voll mitmachen bei der Alltagsorganisation. Einteilung lautet das Zauberwort. Oft sitzt er in den frühen Morgenstunden oder spätnachts über den Manuskripten und leidet trotzdem unter dem Gefühl, die Bücher nicht mehr so intensiv betreuen zu können wie früher. Glücklicherweise hat sich noch keiner der Autoren beschwert. Hauptsache, sie machen es nicht wie ihre Eltern. Hennings Mutter hat sich als Alleinerziehende bis auf die Knochen abgearbeitet. Und auch Theresas Mutter war für die Kinder allein zuständig, während ihr Mann arbeiten ging. Für Henning und Theresa stand von Anfang an fest, dass sie etwas anderes wollen. Etwas Zeitgemäßes. Fifty-fifty statt twenty-four-seven. Weil Theresa mehr verdient als er, findet Henning es selbstverständlich, ein bisschen mehr Hausarbeit zu übernehmen. Was Theresa, wie sie ihn spüren lässt, auch erwartet. Nach dem Vormittag im Verlag holt er Bibi und Jonas vom Kindergarten ab, kocht das Mittagessen, legt die Kleine schlafen, spielt mit Jonas eine Stunde Lego. Anschließend gehen sie auf den Spielplatz. Wenn Theresa am späten Nachmittag aus dem Homeoffice herunterkommt, ist Henning meistens mit den Kindern einkaufen. Oder hat schon angefangen, das Abendessen vorzubereiten. Zu viele Dinge hat er schon zu lange nicht mehr getan. Radfahren, lesen, Musik hören, Freunde treffen. Aber im kommenden Jahr soll das anders werden. Ab jetzt will er dreimal die Woche Rad fahren, mindestens egal, was sonst passiert. Theresa wird ihn unterstützen. Sie wird es gut finden, wenn er endlich wieder etwas macht. Sie sagt immer, dass alles nur eine Frage der Einteilung sei. Überhaupt ist Machen für Theresa ein wichtiges Wort. Etwas Machen gehört für sie zu einem gelingenden Leben. Wir müssen mal wieder etwas machen, kann dabei alles Mögliche bedeuten. Eine gemeinsame Unternehmung, Frühjahrsputz, Urlaubsplanung, eine Abendeinladung für Freunde, Familienbesuche oder das Erstellen eines Finanzplans. In Hennings Ohren klingt Machen meist nach einer Drohung. Sein Lieblingswort ist funktionieren. Schließlich kommt es im Leben immer und überall darauf an, ob etwas funktioniert. Und solange alles funktioniert, muss man eigentlich auch nichts machen. Solange alles funktioniert.